hallo leute es ist es ist wieder zeit wieder neue folge von super mario advents ja auch ich bin kurze zeit verpeilt weil ich gerade pokémon aufgenommen habe ja okay und ich habe momentan echt keinen bock auf dieses spiel dieses spiel regt nicht nur auf aber ich brauche ein herz komme ich brauchte ich nehme ich nehme ich das war mal ein geiler schuss naja da gab es ja nichts das weiß ich ich weiß das noch dich du kleiner spaßt was wirfst du mich mit diesen komischen kanonkugeln ab scheiße hey das war jetzt ein sehr sehr witziger fehler aha ok ok kann ich das irgendwie benutzen super den habe ich jetzt auch benutzt und was gibt es hier die rosa pflanzen ok da gibt es auch nichts und da ja auch nicht müssen wir alle teile hier ausprobieren ok was gibt es hier den nehmen wir doch gleich mal raus und werfen was gegen die nächsten besten nächstbesten opfer hier es gibt es hier ich dem auch eine schildkröte also hier in dieser seite ist das nicht das weiß ich jetzt schon und stirbt da ist es auch nicht das weiß ich also hier rein auch nicht wir brauchen mal schnell den schlüssel wenn ich jetzt irgendwie abkacke dann habe ich die richtige arschkarte warum bin ich jetzt runter gefallen mann was gibt es denn hier schönes kommen ja du opfer das war so ein gefühl dass sie gleich abkratzen würde die habe ich jetzt locker verarscht und kommt her ich brauche jetzt nicht helse herzen meine ich die nehmen jetzt auch mal raus ich komm hier komm hermann kommt einfach her das war jetzt knapp das war noch knapper oder gab es das oder war da unten die lösung geschafft ach fick dich du scheiße ok hatte was gibt es denn hier unter dem teil hier auch nur das hier ok ach man ich stelle mich voll blöd hier an ok gibt es nichts hier musst du irgendwo das schlüssel geben hier bestimmt glaube ich jetzt mal schneller 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 ich wusste erst du spaß die ok ok hey eh bitte bitte nicht bitte nicht Scheiße, das war knapp Kommt bloß nicht in meine Nähe, Mann Kommt einfach nicht in meine Nähe Wartet Es geht weiter Safe and continue Nur schnell gespeichert Dass ich nicht gleiche abkratze Okay Jetzt Ey, du Okay, die ist eine von denen, die nur Feuerbälle spuckt Das war jetzt ein Fehler Äh, okay Ach, Mann Ach, das war jetzt ein dummer Fehler von mir Mann Ich habe ein Safe State gemacht, weil Die Spiel ist einfach schlimm für mich Ich verstehe sowieso kein Wort von dir, du Schlampe Ey, du fick dich Aha, so geht das also Okay Okay Dreimal Ha Okay, was mache ich da eigentlich Geschafft So schnell ging es jetzt auch Ohne mein Safe State zu benutzen Und ich habe alle Münzen Und ich habe alle Münzen Cool ist clear Ein Bonus für uns Supi Kein Bonus Okay Spaß Das ist dies Äh, ja Wir sind bald mit dem Letzper Auch durch Ich freue mich schon Ich habe echt keinen Bock mehr auf dieses brutale Spiel Das ist einfach zu aggro für mich Äh, wartet mal kurz Es geht weiter Äh 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 Meins Und Was wollen Was wollen die hier Hä Ach du Komm mal kuscheltier Weg Okay Mit einem Leben gehe ich mal hier raus Oh nein Habitacks Und eine Paprika Eine Paprika Okay Okay Ah, ich muss wohl diese Habitacks reiten Okay Das war jetzt irgendwie klar Safe and continue Ist klar Ich habe echt keinen Bock das normal zu machen Ja Okay Leute Das müsst ihr irgendwie verstehen Ich Ihr müsst es einfach verstehen Dieses Spiel ist einfach böse Das ärgert mich die ganze Zeit Okay Kommt der Kommt der Bäm Terrorist Meins Och Fick dich Man Fickt euch Leute Fickt euch Meine Paprika Ich glaube da war oben Eine Münche Ah, ich hasse dieses Spiel Ich hasse es abgrundtief Meine Paprika Ey, wie verdammt nochmal soll ich da hochkommen Sagt jetzt nicht immer so Ach, egal Ich weiß schon wie das hier wollen Aber wartet Wartet erst Okay Noch eine Minute Okay Wo ist der riesen Ach, wie soll ich da hochkommen Mann, was los mit euch Komm her Wo ist der riesen Habitack Hä Wo ist der So Das war jetzt episch Das war jetzt mal richtig episch Komm her So muss man wohl das machen Stehen lieber die Münze Du Spassi Du kriegst mich nicht Oh, das war knapp Okay, die zweite Münze haben wir jetzt auch Okay Ich weiß jetzt wie man das machen muss Das ist schon ein Anfang für mich Okay Komm her Aber warte Ja, aber es geht im nächsten Part weiter Tschüss Ja, aber es geht im nächsten Mal Okay So Okay Vielen Dank.